Hey ihr Lieben, ich wünsche euch einen wundervollen Tag, hier ist der Veit mit einer weiteren Episode meinem Podcast, Seelen gefügelt für die Rebellen des Geistes. Kannst du dich noch an dein letztes Silvester erinnern und an dein Gefühl, was du eventuell für 2020 hattest? Ich habe damals mit vielen Freunden gesprochen und viele haben gesagt, das wird ein wirklich besonderes Jahr. Es wird ein Jahr, in dem die Menschheit eine Schub erfährt, Transformation erfährt, in dem wir erwachen werden. Und sicher hat sich niemand von uns vorstellen können, wie das passieren wird, aus welcher Richtung dieser Schub kommen wird. Ich möchte dir in dieser Episode eine Perspektive vermitteln, die dir Mut machen kann, die dir helfen kann, die Kraft deines Geistes zu mobilisieren und dieses Jahr, egal was bis jetzt passiert ist, individuell und kollektiv, tatsächlich in das beste Jahr deines Lebens zu verwandeln. Bist du bereit, mit mir mutig und verrückt zu denken? Denn es sind nicht die Dinge, die die Macht über dich haben, es ist die Bedeutung, die du den Dingen gibst. Und ich wünsche dir ganz doll, dass dir diese Lektion dabei hilft, den Ereignissen dieses Jahres die Bedeutung zu geben, die dich wirklich unterstützt. Ich danke dir. Wie kannst du 2020 in das beste Jahr deines Lebens verwandeln? Klammer auf, jetzt erst recht, Klammer zu. Und nein, ich bin nicht verrückt und ich bin auch kein Zyniker. Ich lese Nachrichten, mir ist bewusst, was gerade alles los ist, aber ich habe auch gestrichen die Schnauze voll. Ich habe die Schnauze voll von Angstmachern. Ich habe die Schnauze voll von Menschen in führenden Positionen, die gerade keine klaren Ansagen machen können. Ich habe die Schnauze voll von Meckerern, von Rumjammern, von Menschen, die sich leidtun. Ich habe Bock auf Leben. Ich habe Bock darauf, dass das das beste Jahr meines Lebens wird, beziehungsweise, dass es das beste Jahr meines Lebens ist. Kannst du dich noch an deinen Silvester 2020 erinnern? Also ich noch richtig gut. Ich war da gerade drei, vier Tage wieder in Deutschland. Ich war da vor einem ganzen Monat im Stille-Retreat, hatte mich zurückgezogen und ich war noch ganz piesig drauf. Ich habe mit Andrea gemeinsam Silvester sehr ruhig verbracht. Wir haben meditiert und wir haben für 2020 sehr klare, sehr lichtvolle, sehr helle Botschaften empfangen. Wir wussten einfach zum Beispiel, dass das das Jahr ist, in dem Homo Dea so richtig durchstarten wird. Das macht Homo Dea tatsächlich auch jetzt gerade. Wir hätten uns nur niemals träumen können, was der Auslöser davon war, nämlich die Krise, in der wir uns jetzt gerade alle befinden. Also versuch dich mal wirklich daran zu erinnern, wo du damals gewesen bist und stell dir vor, jemand hätte dir damals gesagt, hey, ja, meditier du mal, schreib mal deine Vorhaben auf für 2020. Du kennst ja diesen Witz, der Mensch plant und Gott lenkt. Versuch dich mal daran zu erinnern, mit was für einem Gefühl du in dieses Jahr gegangen bist. Und wie du vielleicht in den ersten Wochen voll am Start warst, um deine Ziele anzugehen, deine Vorhaben umzusetzen. Stell dir vor, damals zu Silvester hatte jemand zu dir gesagt, du, in vier Monaten dürft ihr alle nicht mehr vor die Haustür. Ganz, ganz viele Industrie- und Dienstleistungszweige werden eingefroren sein. Und wenn du vor die Haustür gehst, wirst du eine Maske tragen müssen, sodass du kaum noch erkennbar bist. Ich wette, dass die meisten von uns gesagt haben, das ist Quatsch, glaube ich nicht. So, das heißt, wir haben gerade alle kollektiv miteinander in einem negativen Sinne die Erfahrung gemacht, dass unsere Pläne relativ schnell zu Asche wären. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass sehr schnell Dinge eintreten können, die wir uns so in dieser Art und Weise nicht hätten vorstellen können. Ich weiß jetzt nicht, wie du gerade drauf bist. Und ich möchte hier an dieser Stellung immer betonen, dass heute Abend ist ja nicht so ein Wohlfühl-Workshop im Sinne von denk mal positiv und dann wird schon alles. Wir haben gerade viel mit Menschen zu tun, deren Existenzgrundlagen wirklich weggebrochen sind, also zu Staub zerbröselt sind. Und denen möchte ich nicht mit irgendwelchen klugen Affirmationen kommen. Ich habe einen großen Respekt dafür, wenn du gerade Angst hast, wenn du gerade Frust hast, wenn du vielleicht gerade echt auch tierisch wütend bist. Das kann ich total verstehen. Die Frage ist einfach, wie soll es von hier aus weitergehen? Wird diese Krise eine Krise sein, die dich immer weiter runterzieht, sodass dieses Jahr, wenn es vorbei ist, ein Jahr sein wird, von dem du sagst, Gott sei Dank, dass es vorbei ist. Das war eines der schlimmsten Jahre meines Lebens? Wenn du mich fragst, wäre das schlimm, weil egal wie dieses Jahr bis jetzt begonnen hat, es sind 365 kostbare Tage. Oder jeder einzelne davon ist unbezahlbar. So dieser Moment, den wir jetzt gerade miteinander teilen, ist unbezahlbar. Ich möchte dich einladen, mit mir gemeinsam symbolisch an einer Weggabelung zu stehen und dir vorzustellen, dass es in deinem Geist die Kapazität gibt, egal was in deinem Leben gerade passiert. Egal wie tief du im Mist stehst, egal wie dunkel es gerade ist, dass es in deinem Geist die Kapazität gibt, sich zu erheben. Und dafür musst du nicht grinsen. Aber ich weiß, dass es etwas in dir und in mir gibt, was über den Umständen steht, was ich mitten in der Dunkelheit wieder auf das Licht ausrichten kann. Darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Ich möchte mit dir darüber reden, ob es überhaupt möglich ist und wie es möglich ist, eine individuelle und kollektive Krise von solch brutalem Ausmaß wie das, was wir jetzt gerade erleben, tatsächlich in einen Sieg zu verwandeln. In etwas zu verwandeln, von dem du vielleicht jetzt bereits, vielleicht in ein paar Wochen oder ein paar Monaten sagst, das war wirklich ein Geschenk. Ich danke dem Leben dafür, was jetzt gerade passiert ist. So, wenn du dich im Augenblick umhörst, wirst du krass verschiedene Lager finden. Ja, da gibt es zum Beispiel das Lager unserer Regierung, die versucht uns da durchzusteuern und das mehr oder weniger Tja, je nachdem, von welcher Seite du drauf schaust. Also optimal kann man das ganz sicher nicht nennen. Du merkst, da sind ein Haufen Leute genauso überfordert wie wir. Da werden zum Teil Fakten einfach nicht wirklich an die Öffentlichkeit gegeben. Da kommen Fakten zu spät, da wird zu wenig erklärt. Ich sage jetzt mal so, wirklich coole Führungskompetenz sieht anders aus. Und gleichzeitig möchte ich an der Stelle einmal nochmal sagen, ich möchte gerade nicht in den Schuhen der Menschen stecken, die so viel Verantwortung haben wie diese Politiker zum Beispiel oder auch zum Beispiel Menschen, die gerade Unternehmen mit tausenden von Mitarbeitern leiten. Es kann aber auch sein, dass du zu dem Lager derjenigen gehörst, die gerade relativ angsterfüllt, wütend auf die ganze Sache schauen oder vielleicht sogar paranoid und sagen, hey, das ist vielleicht alles nochmal ganz anders. Vielleicht bist du aber auch einer von denjenigen, die sagen, hey, ich glaube an das Leben, ich vertraue, was gerade passiert und ich sehe, dass es gut für uns ist. Ich weiß noch nicht, wo wir rauskommen, aber ich habe das Gefühl, dass dieser Kosmos uns als Menschheit gerade zu einem Stillstand gezwungen hat, den wir nutzen sollten. Ich möchte dich einladen, egal wo du gerade stehst, dir bewusst darüber zu sein, dass du nicht weiter in diese Richtung gehen musst, sondern dass du etwas verändern kannst. Du hast die Möglichkeit, diese Krise in Licht zu verwandeln. Und bevor ich dir erkläre, was aus meiner Sicht sehr, sehr hilfreich dafür ist, möchte ich dir ein paar Grundprinzipien von deinem Geist vorstellen, also wie dein Geist Realität erschafft und wie du Beziehungen benutzt, um gemeinsame Realitäten zu erschaffen. So das Erste, was wichtig ist zu verstehen, ist das Wort Trance. So Trance wird oft gleichgesetzt mit Pendeln, mit Hypnotiseuren, aber tatsächlich ist Trance ein ganz bestimmtes Phänomen deines Bewusstseins. Ein Phänomen in jedem menschlichen Bewusstsein. So Trance ist letztendlich ein Zustand von Einengung von Bewusstsein. Okay? So wenn du dir vorstellst, du hast rein theoretisch die Möglichkeit, die Realität jetzt gerade wahrzunehmen auf einem riesigen, riesigen breiten Spektrum, dann wissen wir, dass du rein physiologisch zu bestimmten Frequenzen gar nicht in der Lage bist. Du siehst zum Beispiel andere Frequenzen als zum Beispiel eine Fledermaus oder einen Vogel. Du hörst ganz andere Frequenzen. Das heißt, bestimmte Ebenen der Realität können wir gar nicht wahrnehmen. Punkt eins. Punkt zwei. Von dem Spektrum, was du wahrnehmen kannst wiederum, sucht sich dein Bewusstsein einen ganz, ganz kleinen Teil aus und auf den konzentriert es sich. Und daraus entsteht dieser Tunnelblick, den wir alle in unserem Leben haben. Und das könnten wir auch als eine Trance bezeichnen. Also wir schneiden aus dem großen, aus der großen Realität ein kleines Stück raus und wir engen unser Bewusstsein ein. Auf der einen Seite hilft uns das zu überleben. Also wenn du zum Beispiel in den Supermarkt gehst, ist es gut, wenn du weißt innerlich, wonach du suchst. Und wenn du gerade ganz dringend Eier brauchst, dann bist du in einer gewissen Atemweise in einer Eiertrance. Du suchst Eier und du siehst die ganze Zeit auch Eier. Das hat natürlich aber auch Nachteile, weil wir, wenn wir erstmal in einer Trance sind, alles um uns herum, was sonst noch da ist, ausblenden. Wie kommst du in eine Trance? Ganz einfach. Allein nur dadurch, wie du deinen Körper helfst, veränderst du deine Trance. So zum Beispiel, ich weiß nicht, wie du gerade sitzt, wenn du relativ eingeknickt jetzt gerade vor dem Bildschirm sitzt, hast du definitiv eine andere Wahrnehmung von dem, was ich dir gerade erzähle, wenn du so sitzt. Okay? So simpel. Wenn du bestimmte Worte benutzt, lösen diese Worte eine sogenannte Trance-Induktion in dir aus. Wenn du zum Beispiel häufig das Wort Angst benutzt oder Schmerz oder Trauma, dann löst das eine ganz bestimmte Form von Realitätstrauung ein. Du kannst dir so vorstellen, dass deine Realität immer mehr eingefärbt wird. Okay? Prinzipiell können wir sagen, dass jedes einzelne Wort, was wir verwenden, unsere Trance beeinflusst. Ob du zum Beispiel jemand bist, der durch das Leben geht und sagst, ich muss die Dinge tun oder ich kann die Dinge tun, ist eine komplett andere Trance. Ob du sagst, warum passiert mir das immer wieder oder wofür passiert mir das? Komplett andere Trance. Ob du einen anderen Menschen anschaust und innerlich denkst, was hat er jetzt wieder falsch gemacht? Komplett andere Trance. Als hey, was ist schön an diesem Menschen? Okay, ich denke, du kriegst den Punkt. Der Witz ist, dass du nicht anders kannst, es sei denn, du bist absolut erleuchtet und selbst da ist die Frage, ob es dann anders ist. Aber lass uns jetzt von uns Normalverbrauchern sprechen. Du kannst gar nicht anders, als jetzt in diesem Augenblick in Trance sein. Zum Beispiel hast du eventuell eine gewisse Fight-Trance. Du hast eine Idee davon, wer Fight ist, wer dieser Typ ist. Das allein engt deinen Blick, deinen Erwartungstunnel, was heute Abend passiert, total ein. Wenn du heute zum Beispiel lauschen würdest mit einem sehr, sehr wachen Bewusstsein und mit der Frage beziehungsweise mit der Erwartung, ich werde in diesen kommenden 20 Minuten etwas hören, was bei mir total Klick macht und was bei mir einen Major-Shift auslösen wird, sodass mein Jahr 2020 wirklich das beste Jahr meines Lebens wird. Das war jetzt gerade eine Trance-Induktion. Also wenn du diese Trance-Induktion für dich annimmst, wirst du mir ganz, ganz anders lauschen, als jemand, der sagt, oh, das erzählt er wieder. Okay? So. Trancen sind extrem mächtig. Wichtig zu verstehen als zweites Prinzip deines Geistes ist, dein Leben folgt deinem Fokus. Wir könnten auch sagen, deine Trance legt den Fokus fest. Wenn du zum Beispiel viel darüber nachdenkst, was in deinem Leben alles schiefläuft, dann lenkt das deinen Fokus auf das, was schiefläuft. Und dadurch wird deine Trance verstärkt. Wenn du viel darüber nachdenkst, was alles braun oder grün oder rot im Leben ist, das lenkt deinen Fokus darauf und du siehst das nur noch. Okay? Dein Leben folgt deinem Fokus. Wenn sich dein Fokus auf etwas ausrichtet, was du nicht willst, dann glaube ich dir, dass du das nicht willst. Aber ich sage dir, dein Fokus lenkt dein gesamtes Leben, deine ganze Energie genau auf das, was du nicht willst. Und du wirst von diesem mehr erschaffen. So hier kommt der Clou. Wir kriegen oft gar nicht mit, dass wir viel Zeit damit verbringen, darüber nachzudenken, was wir nicht wollen. Ja? Wir denken von uns gern. Wir sind positive, konstruktive Menschen. Und es kann sein, dass du einmal am Morgen denkst, ich möchte glücklich sein. Check. Und dass du den Rest des Tages aber darüber nachdenkst, dass du nicht verletzt werden willst, dass du nicht bedroht werden willst, dass du nicht arbeitslos sein willst und so weiter und so weiter. Was alles menschlich gesehen absolut verständlich ist, was dein Fokus allerdings auf das ausrichtet, was du nicht willst. Und deswegen, und Leute, das ist kein esoterischer Hokus-Pokus. Okay? Das ist simpel Wahrnehmungs- und Verhaltenspsychologie. Wirst du davon mehr erschaffen. Punkt. Trance und Fokus. Extrem mächtig. Anschließend an das ist, es sind nicht die Dinge und Ereignisse, die Macht über dich haben. So, wenn du im Augenblick immer noch in der Trance lebst, dass Corona und alles, was damit verbunden ist, oder vielleicht die Regierung oder irgendwelche Geschäftsleute oder wer auch immer Macht über dich hat, dann ist das eine Trance. Und dann richtest du deinen Fokus darauf. Und was passiert dann? Diese Menschen haben Macht über dich. Ich habe das beim letzten Mal als Beispiel gebracht, der Kran vor unserer Tür. Ja? Wir haben seit zwei Wochen direkt vor meinem absoluten Lieblingsausblick einen Kran. Okay? So, wenn ich mich jetzt einschieße auf diesen Kran, dann gebe ich diesem Kran meine schöpferische Macht. Der Kran selbst hat nicht die Macht dafür. Aber ich gebe ihm meine Macht. Ich projiziere meine Macht auf den Kran. Ich gebe dem Kran seine Bedeutung. So. Bitte merke dir das und bitte wiederhole das so oft, bis der Groschen fällt. Es sind nicht die Dinge und die Ereignisse in deinem Leben, die die Macht über dich haben. Sondern es ist die Bedeutung, die du diesen Dingen gibst. So, wenn vor dir jemand sitzt und er schmatzt und du gibst diesen Schmatzen, die Macht dich zerstören, dann wird dieses Schmatzen übermächtig. Das kennen wir alle. Wenn du gerade irgendjemanden in der Welt verantwortlich dafür machst, was du fühlst, dann gibst du diesem Menschen deine Macht. Du verleihst ihm diese Bedeutung. Und ich habe mich deswegen entschieden, dieses Video öffentlich zu machen, also möglichst viele Menschen daran teilnehmen zu lassen, weil wir gerade viele Menschen erleben, die ihre Macht abgeben. Anstatt jetzt in der Mitte der Krise zu sagen, ich habe die schöpferische Power, dieser Krise meine Bedeutung zu geben. Ich habe die schöpferische Power, in dieser Krise den Fokus auf dem zu halten, was ich will. Und die Zahl, die mich gerade sehr optimistisch stimmt, die mich gerade motiviert, ist drei. Ich habe vor 14 Tagen ein Gespräch geführt mit dem Zukunftsforscher Tristan Hawks. Das Gespräch war super cool. An einer Stelle bin ich richtig hellhörig geworden, weil wir haben über Trends gesprochen, über Megatrends. Und er hat gesagt, Zukunftsforscher sind sich einig, dass es nur drei bis sechs Prozent der Bevölkerung braucht, um einen neuen Trend zu kreieren. So da bin ich hellhörig geworden. So meine Trance hat die sechs gleich ausgeblendet. Drei motiviert mich mehr. Wenn drei Prozent der Bevölkerung in Deutschland, Österreich, Schweiz, drei Prozent der Weltbevölkerung inmitten einer Krise sagen würden, stopp mal, welche Bedeutung möchte ich dieser Krise geben? Stopp mal, können wir bitte alle zusammen dieser Krise eine konstruktive Vision geben? Wenn es nur drei Prozent wären, Leute, dann haben wir einen Trend. Und wenn du bis hierher gesehen hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem groß, dass du zu diesen drei Prozent gehörst. Drei Prozent ist machbar. Das sind drei von hundert. Und anstatt in den kommenden Tagen, wenn du wieder mal einen Onkel oder eine Nichte triffst, die Sachen von sich geben, wo du innerlich denkst, das kann ja nicht wahr sein, und du den Fokus auf das richtest, was du nicht willst, lade ich dich ein, den Fokus auf das zu richten, was du willst und zu sagen, dieser Mensch ist potenziell einer von den drei Prozent. Ich werde jetzt diesen Menschen daran unterstützen, Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Noch ein wichtiges Prinzip deines Geistes, du wirst immer recht behalten. Ich bin jetzt seit 27 Jahren Coach und wenn ich eins gelernt habe, wenn vor mir jemand sitzt, der recht behalten will, dann nehme ich meine Finger aus dem Getriebe. Weil ich weiß, dieser Mensch wird recht behalten. Wenn du zum Beispiel gerade felsenfest davon überzeugt bist, zu wissen, wer schuld ist, dann wirst du dir beweisen, dass dieser Mensch schuld ist. Und du wirst weiter leiden, du wirst recht behalten, du bist extrem mächtig. Wenn du jetzt am 12. Mai bereits beschlossen hast, dass dieses Jahr scheiße ist und dass es nur noch schlimmer werden kann, dann verneige ich mich vor deiner Schöpferschen Power und trete einen Schritt zurück, weil ich weiß, du wirst damit recht behalten. Wenn du in eine Liebesbeziehung gehst und du denkst unterschwellig, ich werde bestimmt wieder verletzt, dann wirst du recht behalten. Wenn du heute mit mir so verrückt bist und zu sagen, hey, cool, dass wir uns am 12. Mai daran erinnert haben, dass sich 2020 irgendwie echt anfühlt wie eine powervolle Zahl und ich fange jetzt an, zurückzukommen zu meinen Vorhaben für dieses Jahr und ich verwandle dieses Jahr in eines meiner besten, wenn nicht sogar das beste Jahr, dann wirst du recht behalten. So powerful bist du. Und warum wirst du recht behalten? Weil die ersten drei Prinzipien gelten. Weil du mit dem, was du erwartest, dich in eine bestimmte Trance versetzt, weil das deinen Fokus ausrichtet. Okay? Ja. Noch ein ganz wichtiges Prinzip. Für all diejenigen unter euch, die sich heutzutage noch unterhalten mit anderen Menschen, deine Gespräche sind nicht einfach Gespräche, sind sie niemals. Okay? Sondern deine Gespräche erschaffen permanent Zukunft, ob du willst oder nicht. So das, was wir als Menschheit erleben, ist das Ergebnis von Gesprächen. Von Gesprächen, die sich Menschen mit sich selbst geführt haben. Ja. Denker, Visionäre, Philosophen, Erfinder. Sie haben über Sachen nachgedacht. Wie könnte der Mensch fliegen? Sie haben ein Gespräch über etwas eröffnet, was nicht da war. Und sie haben dadurch Zukunft kreiert. Warum haben die anderen Unrecht? Und wir Recht ist auch ein Gespräch. So, es gibt keine neutralen Gespräche. Ich rede von einem Selbstgespräch. Ich rede auch von einem Gespräch mit deinem Nachbarn. Ich rede von jedem einzelnen Post, den du irgendwo schreibst, beziehungsweise likest oder dislikest, wo du irgendwo mitdiskutierst, in irgendwelchen Foren. Jedes, jedes Gespräch, wirklich jedes Gespräch erschafft Zukunft. Vielleicht sagst du jetzt, war mal frei, das ist jetzt ein bisschen dick aufgetragen. Ich unterhalte mich ja manchmal einfach nur über das Wetter. Genau. Wenn du dich einfach nur über das Wetter unterhältst, wirkt das neutral. Was du tatsächlich machst, ist durch ein neutrales Gespräch dafür sorgen, dass sich die Menschen, die gerade über das Wetter sprechen, nicht verändern, so dass die Zukunft morgen von euch beiden genauso aussehen wird, wie jetzt gerade. So, wenn du sagst, ich finde ja auch meine Wirklichkeit gerade super cool, dann gebe ich den Tipp. Sprich einfach nur darüber, dass du deine Wirklichkeit jetzt gerade super cool findest. Und das wird sie in die Zukunft projizieren, 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 projizieren. Wenn du in diesen Tagen viel darüber redest, was gerade alles schief geht und wer daran schuld ist und dass wir auf eine große Katastrophe, Verschwörungen etc. zusteuern, dreimal das so hatten, was passiert. Du kreierst dadurch Zukunft. So Zukunftsforscher gehen davon aus, dass Menschen als Kollektiv verschiedene Zukunftsmodelle ansteuern können. Und dass je nachdem, wie viele von uns sich auf eine Zukunft einigen, dieses Modell bevorzugt wird. So jedes einzelne Gespräch, was jetzt gerade auf unserem Planeten stattfindet, beeinflusst unsere Zukunft. Verstehst du jetzt, warum ich dich gern in einem positiven, offenen Sinne dazu verführen will, noch viel, viel mehr an dich und deine Bedeutsamkeit zu glauben? Dein Gespräch irgendwo im Park ist nicht einfach nur ein Gespräch. Du erschaffst etwas. Und wenn dein Fokus in diesem Gespräch auf etwas ausgerichtet ist, was du nicht willst, erschaffst du mehr davon. So. Dazu ist noch ganz wichtig zu verstehen, dass Beziehungen, zum Beispiel die Beziehungen, die wir jetzt gerade haben, die Beziehungen, die du zu irgendjemandem auf Instagram hast, deine Liebesbeziehung, immer ein Feld ist. Also wir beide, auch wenn du jetzt gerade eher in der passiven, rezeptiven Variante bist, wir beide kreieren gerade ein Feld. Also ich gebe alles rein, was ich gerade zu diesem Thema weiß und ich hoffe, es kommt an. Und du bist nicht wirklich passiv, weil zum Beispiel die Art und Weise, wie du mir gerade lauscht, ob du zum Beispiel sagst, ich gebe dir eine Chance, ich lasse mich berühren oder alter, der in einer Waffel. Das ist unsere Gesprächsbiochemie. Okay. Und dadurch entsteht ein Feld. Ein Feld, was entweder hebt oder was bremst. Wir können auch sagen, wir erschaffen miteinander eine Resonanzkammer. So was ist eine Resonanzkammer? Das hast du vielleicht schon mal im Internet gehört. Resonanzkammer ist was unglaublich Spannendes. Schau. Unsere Gehirne sind nicht dafür konzipiert worden, alleine zu funktionieren, sondern wir suchen über unsere Spiegelneuronen Matchpartner. Okay. Matchpartner heißt, ein Beispiel, du bist, lass uns sagen, du bist eine Frau, du bist gerade völlig genervt von deinem Mann, der versteht dich nicht, der hat dich verletzt und so weiter und so fort. Das ist alles dein gutes Recht. Was machst du jetzt? Gehst du zu einer Freundin, bei der du weißt, dass sie sagt, warte mal ganz kurz, kotz mal kurz ab, aber dann möchte ich gerne mit dir darüber reden, was deine Verantwortung ist? Oder gehst du lieber zu einer Freundin, die sagt, hey, ich verstehe dich so gut, das geht mir mit meinem Typen ganz genauso. Die Männer, die kriegen es doch einfach nicht hin. Sei ehrlich, wo gehst du hin? Was passiert jetzt gerade? Du suchst mit dem, woran du glaubst, erinnere dich daran, du wirst recht haben, suchst du Menschen, die sagen, ja, okay, so das Beste, was dir passieren kann, wenn du gerade denkst, dass Männer alle scheiße sind, sind zwei, drei, vier Freundinnen, die auch richtig enttäuscht sind, mit denen du dich triffst, pass auf, und dann macht ihr Folgendes, ja, ihr baut eine Resonanzkammer, und die kann man nicht sehen, aber das ist so quasi, ihr trefft euch zum Kaffee trinken, ja, unter so einer Decke von Glaubenssätzen über Männer, und dann sagst du, wisst ihr was, der versteht mich einfach nicht. Und dann sagt deine Freundin, oh, aber ich verstehe dich, und du hast so recht damit, Männer verstehen uns einfach nicht. So, was deine Freundin macht jetzt gerade, ist, sie gibt dir deine Echo zurück, und das fühlt sich für dein Gehirn in dieser Resonanzkammer richtig kuschelig an, ja, das willst du hören. So, für all diejenigen, die jetzt gerade auf Demos unterwegs sind, ich finde es cool, wirklich, ich finde es cool, und ich finde es wichtig, wenn Menschen, die sagen, hey, dieser Wert ist mir wichtig, ich trete dafür ein, dass die sich sichtbar machen. So, das ist meine Art, mich sichtbar zu machen. Wenn du so wirst, ist es meine Demonstration, ja. Wenn du jetzt aber auf dieser Demonstration neben jemandem stehst, der die Dinge vielleicht ganz anders sieht, als du, dann passt der nicht in deine Resonanzkammer. Und wenn du den jetzt wegschubst, wenn du den angreifst, oder wenn du weggehst, verpasst du, dass dein Geist geweitet wird, sondern du suchst dir sehr wahrscheinlich jemanden, mit dem du in der Resonanzkammer bleiben wirst. Okay? So. Jetzt kommen wir zurück zu Trance. Jetzt bin ich nicht alleine derjenige, der sich hypnotisiert, sondern ich finde jetzt noch andere Menschen. Jetzt stell dir vor, ihr macht zusammen eine Facebook-Gruppe auf, wo ihr darüber redet, was gerade alles scheiße ist und was alles schiefläuft. Und ihr sammelt Beweise aus der ganzen Welt. Was passiert jetzt? Resonanzkammer. Du gibst das rein, der andere sagt, ja, genau so. Boom. Ich habe Recht. Wenn ich Recht habe, will ich Recht behalten. Mein Fokus geht immer mehr darauf. Und meine Trance wird immer tiefer, tiefer, tiefer. Okay? So, wenn ich mit dir zusammensitze und ich fange an, mit dir in einem verschwörerischen Ton darüber zu reden, dass es Geister gibt und dass man die spüren kann, hast du den Luftzug gemerkt und den Luftzug? So, wenn ich überzeugend bin, dann wirst du nach einer Weile wirst du plötzlich Stimmt, Stimmt, Stimmt. Und dann kommt irgendwann ein Freund von uns rein nach zwei Stunden und wir sitzen beide da mit solchen Augen greidebleich und sehen überall Geister und der hat keine fucking Ahnung, was in der Zwischenzeit mit uns passiert ist. Das ist die Power von Resonanzkammern. Deswegen, Leute, ist es extrem wichtig, wenn du für dich an dem Punkt bist, du sagst, ich möchte gern, dass diese Zeit jetzt auf dieser Erde, diese außergewöhnliche Zeit für mich eine Zeit ist, in der ich mich erhebe, in der ich Licht finde, in der ich die Krise in eine Chance verwandle, dass du auch sehr bewusst darauf achtest, welche Resonanzkammern du wählst. Ich bin ein großer Freund davon, immer mal sehr bewusst in eine andere Resonanzkammer einzutreten, zum Beispiel auf einer für dich völlig fremden Webseite zu lesen oder ein Buch zu lesen, was du normalerweise nie lesen würdest, um deinen Geist zu dehnen und zu weiten und gleichzeitig ist es wichtig, darauf zu achten, dass es mental und seelische Hygiene unterstützen die Resonanzkammern, die ich aufbaue, mich wirklich bei dem, was ich will oder verstärken sie das, was ich nicht will. Okay? Das ist Power, Leute. Und diese Power können wir jetzt ausdehnen. Die können wir ausdehnen auf die ganze Welt. Es gibt ja eine sogenannte Atmosphäre auf der Erde. Das ist die Luftschicht, über die kommen wir arbeiten. Nicht arbeiten, atmen. Ich bin heute echt hibbelig und aufgeregt. Das Thema ist mir sehr wichtig. Ich möchte dir heute noch eine andere Form von Sphäre vorstellen. Den Begriff hat Teilhard de Jardin geprägt, einen Jesuitenpriester, den ich unglaublich schätze für seine visionäre Arbeit. Und der hat von der Noosphäre gesprochen. Auf Deutsch gesagt, die Sphäre des Geistes. Und er hat das Bild geprägt und für mich macht das total Sinn und das ist ein Bild, was mich sehr, sehr berührt ist, dass jeder einzelne Gedanke, den du und ich denken, in die Noosphäre eingespeist wird. Das heißt, in eine große, kollektive, geistige Sphäre der Menschheit. Okay? Und wir kriegen das mit. Politiker, Diktatoren, Demagogen, alle versuchen, diese Noosphäre zu beeinflussen. in eine bestimmte Richtung. So was wir heutzutage brauchen, sind mindestens 3% Menschen, die sagen, ich lasse mich von niemandem mehr Gaga machen, ich trete jeden Tag einen Schritt zurück, ich atme tief durch, ich meditiere und ich frage mich bewusst jeden Morgen, was möchte ich in die Noosphäre einspeisen? Was ist heute mein Beitrag? Okay? Wir brauchen 3% Leute, 3% von Menschen, die bei Toleranz, bei Frieden, bei Konstruktivität bleiben. So. Und jetzt passiert in dieser Noosphäre und jetzt komme ich zum praktischen Teil eine sogenannte Krise. Und ich möchte nochmal betonen, ich bin kein Freund davon, irgendwas schönzureden. Wenn wir in den Scheißhaufen reintreten, dann sind wir in den Scheißhaufen reingetreten, dann brauchen wir nicht zu sagen, es stinkt nicht, doch es stinkt. Punkt. Wenn so etwas passiert, wie jetzt gerade in der Welt mit diesem wahnsinnigen Erschütter und mit den vielen Wellen, die sehr wahrscheinlich noch kommen werden auf sehr vielen verschiedenen Ebenen, das kleinzureden, halte ich für extrem gefährlich. Nein, es ist eine Krise. Eine Krise von sehr wahrscheinlich nie dagewesenem Ausmaß. Punkt. Und wir sind alle Paar davon, ob wir wollen oder nicht. Aber hier kommt's. Was machen wir aus der Krise? Angst und Wut bringen uns in eine Abwärtsspirale, weil es sind alles Gefühle, die damit etwas zu tun haben, was wir nicht wollen. Wir haben gerade darüber gesprochen und du musst mir es nicht glauben. Hör dir das Video gerne nochmal an und überprüfe jede meiner Aussagen für dich. Wenn du dich auf etwas konzentrierst, was du nicht willst und dann noch Power reinlegst in Form von negativen Emotionen, dann gehst du in eine negative Trance und du wirst langfristig mehr von dem erschaffen, was du nicht willst. Wenn du für etwas demonstrierst, ist das wunderbar. Achte bitte darauf, demonstrierst du auf eine Art und Weise dafür, dass deine Energy wirklich auf eine Lösung ausgerichtet ist oder ist sie gegen etwas ausgerichtet. Und wenn sie gegen etwas ausgerichtet ist, wisse bitte, es ist langfristig, niemals die Lösung. Schuld, die Energie von Schuld, entweder wir fühlen uns schuldig, fuck, ich habe das nicht im Griff oder ich mache jemanden anderen schuldig, schafft eine Abwärtsspirale. Wenn ich mich als Opfer fühle, schafft das eine Abwärtsspirale. Wenn ich mein Gehirn sich aufgallen lasse am Meckern, da fließt Strom. Achte mal das nächste Mal darauf, wenn du lästerst oder meckerst, das erregt dein Gehirn. Dann geht das runter. Du setzt Energie frei. Was machen wir, wenn wir meckern, Leute? Das musst du echt verstehen. Wenn du meckerst, holst du dir im wahrsten Sinne des Wortes in deinem Gehirn einen runter. Dein Gehirn steht auf Erregung. Es ist viel, viel einfacher, viel einfacher, sich mit etwas zu erregen, was nicht funktioniert. Erstens sind unsere Synapsen dafür viel empfindlicher und zweitens ist die Welt im Augenblick in einem Zustand, wo du noch viel schneller etwas findest, was nicht funktioniert. Wenn du dann noch ein Leben hast, was vielleicht gerade relativ frustrierend ist, dann ist es viel einfacher, dir deinen Schuss an Erregung über etwas zu holen, was du nicht willst, was sich ankotzt, was andere doof machen, das erregt dein Gehirn, anstatt darüber nachzudenken, was gerade schön ist, wofür du gerade dankbar bist. Okay? Aber was passiert, wenn du dein Gehirn so erregst? Du kreierst in deinem Gehirn ein Bild von etwas, was du nicht willst. Korrekt? Du gibst Energie dazu und wir wissen aus der Neurowissenschaft, Bild mit Erregung schafft Verankerung! Bam! Und wupp, 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 geht das immer mehr runter und irgendwann ist alles scheiße. Und andere stehen neben dir und sagen, was machst du da unten in dem Tunnel? Und du sagst, ich bin nicht in dem Tunnel, das ist die Wirklichkeit. Jetzt kommen wir zu einem guten Part. Jede einzelne Krise kann man drehen. Okay? Und wenn du jetzt vielleicht gerade wirklich in einem echten Shitty Hole sitzt und sagst, Lindau, du hast keine fucking Ahnung, was ich gerade erlebe, dann sage ich dir, das kann sein. Okay? Ich sage dir aber auch, wenn du dir mal fünf Minuten Zeit nimmst, um zu googeln, dann wette ich, dass du Beispiele findest von Leuten, die viel, viel deftigere Krisen erlebt haben als du und die das Ding gedreht haben. Erinnere dich an Resonanzkammer. Wenn es dir gerade scheiße geht und du suchst dir instinktiv Menschen aus, die dich nur bedauern, und ich rede nicht von einem gesunden Mitgefühl, ich rede nur vom Bedauern, dann schaffst du eine Resonanzkammer, wupp, wupp, geht es immer mehr abwärts. Wenn du sagst, okay, es ist gerade scheinbar total hoffnungslos, aber ich erinnere mich, was der Typ gesagt hat, das ist eine Trance und ich könnte das ganz anders sehen. Ich besorge mir erstmal eine andere Resonanzkammer, zum Beispiel, ich besorge mir Freunde, die mit mir gemeinsam nach dem Licht suchen. Ich besorge mir Geschichten, die etwas anderes zeigen. Ich besorge mir Geschichten von historischen Persönlichkeiten, wie Abraham Lincoln, der miterleben musste, wie drei seiner vier Söhne starben, der selbst ganz, ganz schlimm krank war, immer wieder und der nicht aufgegeben hat, also der ist ganz oft nicht gewählt worden zum Präsident, also wenn du seine Biografie liest, das ist nur frustrieren, der Typ hat nicht aufgegeben, bis er Präsident war und der hat die Sklaverei mit abgeschafft. Oder nimm so jemanden wie Rowling, die Frau, die Harry Potter geschrieben hat, wenn du ihre Biografie liest, aussichtslos, total frustrierend, abgelehnt, pleite, geschieden, alles. Und aus irgendeinem Grund sagt die Frau, und jetzt erst recht. Und ich würde dieses Video jetzt gerade nicht mit euch halten, ihr Lieben, wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher wäre, dass es genau diese selbe Kraft in dir und in mir gibt. Die Kraft, die in so einem Moment sagt, meine Trauung sagt gerade, es ist alles scheiße, jetzt erst recht. Was braucht es dafür? Erstens, es braucht deine Wahl zu vertrauen. Und Vertrauen Leute ist was anderes als Glauben. So Glaube ist, ich rede mir eins, wird schon alles gut. Fakt ist, keiner von uns hat eine Ahnung, ob alles gut wird. Vielleicht wird das auch alles kollektiv noch viel schlimmer. So Vertrauen ist zu sagen, egal wie schlimm das gerade ist, ich wähle zu vertrauen, dass diese Sache gut für mich und für die Menschheit ist. Und selbst wenn ich im Augenblick nicht verstehe, was daran gut sein sollte, ich wähle dieses Leben aus dieser Perspektive zu sehen. Einstein ist auf seiner letzten Pressekonferenz, das war die allerletzte Frage, die ihm gestellt worden, gefragt worden, was ist denn Ihre wichtigste Frage? Und Einstein hat kurz überlegt und dann hat er gesagt, meine wichtigste Frage ist, ist dieses Universum ein freundlicher Ort? So, wenn du heute dir anschaust, was Virologen sagen, wenn du dir anhörst, was Verschwörungstheoretiker sagen, dann kommst du relativ schnell auf den Trichter, dieses Universum ist extrem gefährlich. Aber hilft dir diese Position wirklich in eine Kraft zu kommen? Oder gäbe es eventuell die verrückte Möglichkeit zu sagen, dieselbe Power, die ein Gänseblümchen hervorgebracht hat, dieselbe Power, die die Sonne im perfekten Abstand zu unserer Erde hält, damit wir leben können, dieselbe Power, die mich kreiert hat, die Bewusstsein kreiert hat, die mich in die Lage versetzt, Liebe zu empfinden, dieselbe Power hat Corona schaffen, dieselbe Power Power hat jeden Menschen auf diesem Planeten erschaffen, die dich leiden kann und die dich nicht leiden kann, dieselbe Power hat diese Wirtschaftskrise erschaffen, wie sie Tausende von Krisen erschaffen hat auf diesem Planeten, um Menschheit voranzubringen und immer tiefer erwachen zu lassen. Ich vertraue, dass das gut ist. Ich weiß vielleicht noch nicht wie, aber ich vertraue, dass es gut ist. Ich vertraue, dass der Schmerz, den ich gerade spüre, mich öffnet. Ich vertraue, dass die Angst, die ich gerade fühlen muss, mir zeigt, wo ich noch fälschlicherweise identifiziert bin. Ich vertraue, dass die Wut, die ich fühle, eigentlich nicht wirklich gegen jemanden gerichtet ist, sondern eigentlich Lebenspower ist, die raus will, um etwas Wunderschönes für uns alle zu erschaffen. Das ist Vertrauen. Vertrauen ist irgendwie ganz schön verrückt in einer Welt, wo dir alle erzählen, die Fakten sind doch ganz anders. Dann sagst du einfach, die Fakten sind so und ich vertraue trotzdem. Der nächste Schritt ist, du brauchst eine klare Absicht. Eine klare Absicht ist mehr als, das wäre schön. Es wäre echt schön, wenn ich diese Chance verwandeln könnte. Eine Absicht ist zu sagen, spätestens heute erkläre ich 2020 zum besten Jahr meines Lebens. Egal was noch passiert, das ist das beste Jahr meines Lebens. Solange du abhängig bist davon, dass alles rund läuft, dass alle nett zu dir sind, dass die Wirtschaft funktioniert, ist es nicht eine Absicht, es ist ein Wunsch. Wenn du sagst, egal was passiert, meine Absicht ist, ich vertraue meinem Geist, dass er in der Lage ist, das Jahr in das beste Jahr meines Lebens zu verwandeln, dreimal das so hat, was passieren wird. Es wird das beste Jahr deines Lebens sein. Wenn du heute ins Bett gehst und sagst, ich werde morgen aufstehen und ich werde diesen morgigen Tag so leben, als wenn von diesem Tag alles abhängt, dann wird das einer der besten, wichtigsten Tage in deinem Leben sein. Das ist Absicht. Und wenn jemand kommt von der Seite und sagt, ich habe nicht hin, und hat gesehen, wer alles schuld ist und was alles schief läuft, dann einfach zu sagen, danke für diese Fakten, ich lasse sie wirken und egal was die Fakten sind, sie werden mich nicht davon abbringen, dass das das beste Jahr meines Lebens ist. Ich werde herausfinden, warum es das beste Jahr meines Lebens ist, aber das ist schon mal meine Wahl. Als drittes brauchst du Power Fragen. Schau, wir haben am Anfang von Trance gesprochen, von Fokus. Was nicht wirklich gut funktioniert, ist, wenn dein Fokus gerade auf den Misthaufen ausgerichtet ist, du musst positiv denken, guck doch mal in den Himmel, guck doch mal. Nee, das funktioniert nicht, da wird etwas in dir bockig und sagen, ich will in den Misthaufen gucken. Fragen sind viel intelligenter. Gute Fragen, ich habe jetzt ein paar Mal Demonstrationen erwähnt, ich bin prinzipiell überhaupt nicht gegen Demonstrationen, im Gegenteil, ich liebe es, wenn Menschen für das, was ihnen wichtig ist, aufstehen. Wo ich immer sehr wach werde, ist, wenn ich merke, diejenigen, die solche Demonstrationen anführen und initiieren, haben nicht wirklich eine Vision, sondern sie wissen nur, wogegen sie sind, dann weiß ich, wo das M wird, zweitens, wenn ich merke, dass die Fragen, die gestellt werden, destruktive Fragen sind, anstatt konstruktive Fragen. Warum passiert mir das immer? Warum ficken mich die anderen? Ist nicht konstruktiv. Wie kann ich inmitten dieser Krise meine Paulen fesseln? Was ist für mich das Geschenk von Corona? Ich weiß, das klingt erstmal crazy, Leute, aber ich garantiere dir, wenn du nur diese Frage einfach mal für eine Woche wirken lässt, was ist mein Geschenk von Corona? Ich habe zum Beispiel Kollegen, sehr geschätzte Kollegen, bei denen es über Nacht, als das Ding losging, 80 bis 90 Prozent ihres Umsatzes zusammengebrochen. 80 bis 90 Prozent zusammengebrochen. Und wir reden jetzt zum Teil von sechsstelligen Bereichen. Wir reden von Menschen, die Mitarbeiter haben, die hohe Verantwortung haben. Ich habe nicht einen von diesen Menschen jammern gehört. Sondern das waren zwei, drei Tage, okay, Check, Punkt, Treffer, Treffer, Treffer gelandet, ich heule mich kurz aus, das sind die Fakten, wo will ich hin? Das Bemerkenswerte ist, dass viele von diesen Menschen Folgendes gemacht haben, sie haben gesagt, okay, ich habe gerade mehr Zeit, ich kann nicht gerade keine Live Seminare geben, ich gehe jeden Tag in Insta und führe ein Gespräch mit einem wachen Geist. Das sind Resonanzräume und was passiert, wenn du mit jemandem sprichst, der Powerful ist, du kriegst immer eine gute Frage. Also das Intelligenteste, was du machen kannst, wenn du in der Krise bist, ist, dir selbst gute Fragen zu stellen und mit Menschen ins Gespräch zu gehen, die dir gute Fragen stellen können. Du brauchst Kraft Routinen. Was meine ich damit? Wenn du down bist, bist du down und ich bin kein Freund davon zu sagen, okay, mir geht es total scheiße, ich mache jetzt checker checker und dann bin ich schon wieder oben. Nein, aber du weißt ganz genau, zum Beispiel, okay, wenn du down bist, brauchst du Schlaf, Kraft Routine Nummer eins, du brauchst Spaziergänge, du brauchst kaltes Wasser, du brauchst frische Luft, du brauchst eine bestimmte Form von Essen, das sind alles Kraft machen viele Menschen in der Krise, sie fangen an, genau das zu machen, was sie noch mehr schädigt, sie gehen nicht mehr raus, verschließen die Vorhänge, essen nur noch Chips, die Energie geht immer mehr runter. Du sabotierst dich selbst damit, also Kraft Routine, 10 Punkte, was hilft dir? Habe ich schon erwähnt, starke Resonanzkammer, okay, ich bin ganz ehrlich, das erste was passiert, ich tue mir leid, okay, so, und dann ist es manchmal so, dass ich selbst in meiner eigenen Resonanzkammer nicht alleine rauskomme, was mir immer hilft, ist geile Mucke, Kopf hör rauf, Power Musik, eine schöne tiefe Musik, meinetwegen abholen, und dann geht es weiter. Was mir immer hilft, ist ein cooler Talk mit meiner Frau, was mir immer hilft, ist ein Gespräch mit einem von meinen Coaches oder einem von meinen Freunden, bam, 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 Resonanzkammer, also achte gerade jetzt wirklich gut darauf, mit wem umgibst du dich, über was sprichst du, und achte auf den Nachklang des Gesprächs, achte zum Beispiel auf den Nachklang von unserem Gespräch heute, wenn du danach merkst, das hat dich nicht geklärt, das hat dich nicht gestärkt, nicht ermutigt, klick den Typ einfach weg, wenn zu dir jemand kommt, der will einfach nur Fakten mit dir teilen, dann ziehst du die Fakten rein, aber danach du fühlst dich einfach nur scheiße, wozu brauche und das Letzte was du brauchst ist Kontinuum Kontinuum heißt es reicht nicht aus so ein Video wie heute zu sehen sondern was du brauchst ist bleib am Ball bleib am Ball hole jeden Tag dein Futter okay mach jeden Tag deine Kraft Routine erinnere dich jeden Morgen wieder an deine Absicht und wenn die Absicht zu simpel ist dass du sagst Leute Universum ich habe keine Ahnung wie das gehen soll aber ich habe beschlossen 2020 ist das beste Jahr meines Lebens übrigens nebenbei gesagt alles andere wäre totaler Blödsinn weißt du warum weil es das einzige Jahr ist was du hast also du solltest es zum besten Jahr deines Lebens machen und gerade dann wenn uns scheinbar alle Fälle davon schwimmen können wir aber das Beste für uns kann nur kommen wenn wir sagen ich bin bereit für das Beste und hier noch ein Tipp für dein Kontinuum und dann gehe ich gerne auf eure Fragen ein wenn du Bock darauf hast von mir jeden Tag wirklich so eine kleine Minidosis Inspiration zu bekommen jeden Morgen eine Espresso für deine große Rinde dann lad dir unsere Humodea App runter entweder auf Smartphone oder Android und dann kriegst du von mir jeden Morgen so einen kleinen Impuls der dich daran erinnert dass wir alle durch die Bank weg viel powervoller sind als wir im Augenblick denken Danke dass du hier bist und diese Folge aus dem Podcast mit Veit gehört hast das freut uns wirklich sehr bist du bereit dem Ganzen noch tiefer auf den Grund zu gehen und dein Geschenk in dieser Krise zu sehen dann lade ich dich herzlich ein dir die Meditation dazu auf Humodea anzuhören wir verlinken sie dir unten in der Textbeschreibung und freuen uns sehr auf dich